Wir haben eine kleine Diskussion hier gehabt. Ich und Roman, ich sage 50er Jahre, Roman sagte der 20er Jahre. Wer Resch hat, darf den kaufen. Was sagst du denn davon, Roman? Meiner Meinung nach ist das Design aus den 20ern, das wurde nie verändert. Aber der Automat laut Expertise ist Anfang der 50er Jahre. Tja. 420. 420. 420.